Wo ist hier die Waffe? Wo sind die Waffen? Hab ich jetzt was übersehen? Oh! Nein! Er sieht mich nicht. Okay. Gott sei Dank ist er ein Noob. Okay, ich werde hier hinten zu den... zu den, äh... Häusern hier laufen, am besten. Nein! Ist es noch einer? Ah! Oh, der will in das Haus, wo ich rennen will, oder? Er hat schon eine Waffe, ja? Der hat mich aber nicht gesehen. Glück gehabt. Huh! Huh! Ich glaube, ich renne hier rum ums Haus. Aber da muss ja noch einer gewesen sein. Kann man craften? Gott sei Dank nicht, Trader. Gott sei Dank nicht. Craften ist extrem unnötig in so einem Spiel, finde ich. Es gibt doch keine Blutung. Er war One-Shot? What? Okay. Wieso war denn der One-Shot? Krass. Und das war nur aus der Hüfte gefeuert. Ah, guck da vorn. Wünsche können doch in Erfüllung gehen. Oh. Tschüss dann. Äh, gehst du mal aus meinem Auto? Danke. Ich prüfe mal ein bisschen die Küste. Vielleicht kommt da einer mit einem Boot an. Der weiß. Da ist ein Boot. Launch. Oh. Habe ich es doch gesagt. Wo ist der Typ? Ich sehe ihn nicht. Das ist extrem scheiße, wie der da an dem Stein steht. Deswegen kann ich den nicht erwischen. Oder sehen, eher gesagt. Vor allem noch mit dem Regen dazu. So, wie machen wir das jetzt? Der Typ wird er da hochlaufen. Wo ist der Typ? Okay. So, das ist meiner. Gefällt mir. Was würde ich machen? Ja, das stimmt. Macht man ja auch, wenn man es prediktet. Ähm. Gilly! Gilly! Dreierhelm habe ich schon. Wo ist der Gilly? Wo ist der Gilly? Mit dein Gilly und die Dreierweste. Der Gilly! Yo! Yo! Was ist denn los jetzt gerade? Noch mehr Loot. Nee, jetzt reicht es auch mal mit Loot. Spoon braucht kein Loot mehr. F-Team. Wie die immer vor die Füße fallen. Das stimmt. Den Instinkten der Pfanne. Ist er angehalten? Ah ja, ist er angehalten. Nee. Ich weiß nicht genau, was er macht. Er will hier irgendwie parken. Wieso parkst du denn hier? Was machst du denn? Och. Wieso parkt er denn hier? Wieso? Was ist denn gerade mit den Leuten hier los? Der Gilly tarrnt mich einfach. Ey, das ist... Das ist eine schöne Abschlussrunde, sage ich euch. Weißt du? Die ist echt cool. Wie ist einer mit Schalldämpfer ganz oben wahrscheinlich auf dem Berg? Oh, oh. Ach man, man kann da nicht durchschießen. Okay. Den will ich eigentlich nicht looten. Scheiß auf das Loot von dem. Scheiß auf sein Loot. Ich brauche die Kids. Ich brauche die Kids. Blutrausch. Blutrausch. Der Gilly macht mich wirklich unsichtbar. Ich brauche die Kids. Ich brauche die Kids. Ich brauche die Kids. Die Kids. Die Runde macht Spaß, du. Die Runde macht Spaß. Glaubst du, da war noch einer? Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube, vor mir war einer, du Trader. Ich werde mir den Typen jetzt abfangen erstmal, der da hinten läuft, ja. Da vorne! Nein! Das wurde heute zu viel. Na gut, nicht gierig werden. Ja, jetzt zu spät ein Abo. Zu spät schon gierig geworden. Мы sehr, ich weiß nicht. Das war's und Barry. Bis zum nächsten Mal.